Wir sind jetzt wieder zurück in der Akademie, haben 7,74 Euro gezahlt, zu dritt für eine Fahrt nach Ottensen. Und ich muss sagen, mir hat es echt sehr gut gefallen. Also es ist super ordentlich da, man fühlt sich als würde man erste Klasse reisen. Es ging alles super schnell, das Auto ist leise, weil es ein E-Auto ist. Der Fahrer hat eigentlich gar nicht mit uns gesprochen, was jetzt aber auch nicht unbedingt immer so schlecht ist. Und wir sind fünf Kilometer ungefähr gefahren. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich finde, das ist eine super Art zu reisen. Und ich glaube, die tausenden Haltestellen, die es da gibt, die virtuellen, die sind auch wirklich ausreichend, sodass man immer wirklich nur 250 Meter zu laufen hat bis zu seinem endgültigen Ziel, was ich auch völlig in Ordnung finde. Und wir haben halt einfach nur recht viele Mojas tatsächlich auch an uns vorbeifahren sehen, die leer waren. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wie sich das lohnt. Aber alles in allem würden wir Moja auf jeden Fall weiterempfehlen.